Musik Ja, die Aktion dient daran, dass wir sozusagen der Bevölkerung, den Benützerinnen und Benützern der Straße bewusst machen, dass die Straßen, dass die Verkehrswege kein Müllplatz sind und dass es darum geht, auf unsere Natur und auch auf die Landschaft hier zu schauen. Musik Am meisten Müll abgelagert wird einerseits bei den Parkplätzen, die wir natürlich betreiben, in der Nähe von Parkplätzen und auch in der Nähe von Geschäftslokalen, wo Essen verkauft wird und Verpackungsmaterial natürlich anfällt. Und das wird noch auf der Pfad gegessen und das Verpackungsmaterial wird aus einer Tasse gebrochen und auf die Folter und auf die Brüche und das müssen wir zusammenarbeiten. Uns haben verschiedene Ergebnisse schon überrascht bei dieser Analyse mit der Uni Innsbruck. Wir haben gesehen, dass eine bunte Vielfalt an Abfällen illegal entsorgt wird. Das reicht von Wohnzimmereinrichtungen über Autoreifen bis hin zu Verpackungsabfällen. Also um vielleicht ein, zwei Anhaltspunkte zu geben, bezogen auf die Masse, waren eben die Glasabfälle mit knapp 20 Prozent am stärksten vertreten. Kunststoffabfälle wie eben Verpackungen von Schokoladeregeln oder so nur mit etwa einem Achtel, 12 bis 15 Prozent. Ja, was denkt man sich dabei? Man denkt sich eigentlich dabei, was sich die Leute denken, die das aus dem Fenster herauswerfen. Ob das wirklich sein muss, weil das schaut ja nicht schön aus an der ganzen Öffentlichkeit. Aufwärtser. 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 Aufwärtser.